Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zu einem neuen Video, heute hier wieder bei Markebauer auf der Baustelle. Aber nicht alleine, ich habe tatkräftige Unterstützung von der Firma SICKA-Schönox. Der Anwendungstechniker Erik ist mit dabei und wir wollen hier den Boden schick machen. Hier soll ganz zum Schluss Epoxidharz drauf, also eine Bodenbeschichtung und dafür brauchen wir natürlich richtiges Material. Da sind wir bei der Firma Schönox natürlich an der richtigen Stelle. Wer mich vielleicht nicht verfolgt, weiß, dass ich sehr gerne mit Schönox arbeite. Wir haben hier ein Haus aus den 18. Jahrhundert, würde ich mal behaupten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich blende das aber euch nochmal ein. Und wir haben hier Fliesen. Ne, das sind alte keramische Steinfliesen. Genau, ich kam nicht drauf. Keramische Fliesen, die sollen überarbeitet werden. Wir müssen sie einmal grundreinigen, wir müssen sie einmal verfüllen mit einer Grundierspachtelmasse, FP. Genau, Spachtelgrundierung. Spachtelgrundierung und natürlich dann noch zum Schluss nivellieren, ganz klassisch mit der HS10. Und wir nehmen euch einfach mal mit und zeigen euch, worauf wir achten müssen. Wir müssen einen neuen Bodenbelag aufbringen und dafür müssen wir natürlich erstmal spachteln. Der Andi ist neben mir, weil ich kein Mikrofon habe. Als erstmal schmeißen wir das Ding an, gehen mal drüber, müssen erstmal eine Tiefenreinigung machen. Anschließend tragen wir die Spachtelmasse auf und dann müssten wir das Ganze ruhen lassen für jeweils zwei Stunden. Dann darf man natürlich hier nicht drüber laufen, das geht natürlich gar nicht. Und so sieht das Ganze hier aus. Und ich würde sagen, ihr legt mal los. Ich komme später noch mal zur Kontrolle vorbei. Let's go. So, wie schon gesagt, wir sind hier bei Marc auf der Baustelle und machen fleißig weiter, denn der Boden soll schick gemacht werden. Wir haben jetzt hier ganz normale Keramikfliesen drin, mit einer sehr breiten Fuge, sehr ausgewaschen, weil ich weiß nicht, wie lange der Boden liegt, aber sehr, sehr lang auf jeden Fall. Und Erik, erzählt euch mal, worauf ihr achten müsst, bevor wir überhaupt anfangen, hier den Boden zu bearbeiten. Genau. Vorher erst natürlich gucken, ob wir eine Restfeuchtigkeit vom Untergrund her haben. Hier haben wir allerdings einen Fußboden, der eine Fußbodenheizung beinhaltet. Das heißt, hier haben wir ein besonderes Merkmal drauf. Wir dürfen hier von den Temperaturen, wo ich aber gleich nochmal zukomme, gewisse Werte nicht überschreiten oder unterschreiten. Zur Feuchtigkeitsmessung machen wir hier mittels GAN Hydromette, eine Kugelkopfmethode, quasi in der Fuge, in der ausgewaschenen Fuge, eine Messung, weil das ist der Bereich, wo das Wasser daraus diffundieren könnte. Und dann sehen wir hier das Ergebnis, können das quasi mit einer Umrechnungstabelle auf CM-Werte umrechnen. Und so wissen wir, was für ein Feuchtigkeitgehalt der Untergrund hat. In dem hier Fall ist es trocken. Es kann sein, dass der Boden hier gar nicht abgedichtet ist. Daher wird die Fugenfliese extra so breit gewählt, damit die Feuchtigkeit, die von unten kommt, durchdiffundieren kann. Aber hier halt nicht, weil hier eine Fußbodenheizung drin ist, daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber solltest du ein älteres Haus haben und deine Fuge ist sehr breit, würde ich auf jeden Fall die Feuchtigkeit messen, denn es kann extra gemacht worden sein, damit halt die Feuchtigkeit von unten durchdiffundiert kann. Zu der Raum- oder beziehungsweise Untergrundtemperatur. Erst recht bei Fußbodenheizensystemen. Darf die Oberflächentemperatur oder sollte die zwischen 18 und 22 Grad liegen? Und das auch quasi während der Vorbauzeit und während der Applikation der Zusatzmittel beziehungsweise auch der Bodenbelege. Das heißt, drei Tage vor und bis sieben Tage nach der Verlegung sollten die Werte konstant bleiben. Und dann kann auch nichts mehr passieren. Oh, okay. Ich mag ja solche Videos, so schön technisch reingehen. Das ist genau mein Ding. Wir fangen jetzt an, Grund zu reinigen. Dafür hast du extra eine Maschine mitgenommen. Genau. Weil ich habe so eine schöne Bürste, nicht wie du da hast, und auch nicht so einen Wassertank. Also für mich das erste Mal, dass ich so eine Maschine sehe muss, ich kann es ehrlich sagen. Für dich nicht. Nein. Aber so reinigt man die Fliese ordentlich und vernünftig vor. Genau. Wir haben noch einen extra Grundreiniger und wir bereiten uns das Ganze mal vor und dann fangen wir an. So, ich habe jetzt den Grundreiniger mitgenommen. Wichtig, dass es ein Grundreiniger ist. Den haben wir jetzt 1 zu 5 gemischt. Du sagst, wir brauchen 100 Milliliter auf den Quadratmeter. Circa. Wir haben jetzt hier 9 Liter. Die packen wir jetzt in die Maschine rein und ich gehe das Ganze los hier. So, für die Ecken haben wir so einen kleinen Schubber hier. Nämlich die Maschine ist rund und wir wollen die Ecken natürlich auch mitbekommen. Aber was ich ganz kurz loswerden will, wenn ihr so eine Maschine nicht habt, kannst du trotzdem mit einem Schubber oder mit so einem Schleifvlies den Boden reinigen. Aber die beste Variante ist natürlich mit der Maschine, da wir damit die ganze Trennschicht von der Fliese runterholen und die anschließende Grundierspachtelmasse FP perfekt auf der Fliese hält. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, wir haben den nächsten Tag, 8 Uhr morgens, Erik auch wieder am Start. Wir machen weiter. Wir wollen jetzt den Boden einmal grundieren und spachteln gleichzeitig, dank der FP. Wir haben den Boden ja gestern vernünftig durchgereinigt. Das ist jetzt dank der Fußbodenheizung auch wieder trocken und wir können gleich durchstarten. Trocknungszeit ungefähr 2 Stunden. Ja, 1 bis 1,5. Ja, und dann können wir gleich schon wieder raufgehen, ne? Dann können wir wieder raufgehen und können spachteln. Genau, wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Dann ziehen wir jetzt durch. Was denkst du, wie lange brauchen wir für die Spachtelung? Für die Spachtelung denke ich mal eine Stunde. Dann sind wir durch. Wenn man nämlich bei schönem 15 Kilo Säcke hat, hat man hier einen herrlichen Tragegriff. Finde ich mal sehr, sehr praktisch. Genau, wir rühren uns gleich einen ganzen Sack an. Genau, das haben wir ja zu zweit schnell verarbeitet, weil das Zeug trocknet natürlich ein bisschen schneller. Und bevor wir lange weiterschlagen, legen wir endlich los. So, hier sieht man nochmal die Konsistenz. Lässt sich gleich sehr schön spachteln. Wir wollen ja halt nur die Fugen füllen. Wir wollen einmal grundieren und die Fugen füllen. Das ist der Sinn der Sache hier, damit wir dann so ungefähr 2 Stunden, vielleicht auch 2,5 Stunden vernünftig durchnivellieren können. Damit wir es heute noch fertig bekommen. Richtig. Das ist halt auch der Vorteil, ist grundiert, schnell getrocknet und wir können gleich wieder durchnivellieren. Genau. Fugen verfüllt, ohne Füllmasse. Ohne Füllmasse. Ohne Zwischengrundieren. Herrlich. Hier, hau ich mir so einen Klecks hier hin. Zwischen wie Kuchen bauen. Du sagst, die Fliese wird ja stramm abgezogen. Da wollen wir ja kein Material drauf haben. Aber trotzdem müssen wir die Fliese einmal abspachteln, weil das ist ja auch gleichzeitig unsere Grundierung. Genau. Das hat man nicht vergessen. Also jetzt nicht, dass wir nur die Fugen füllen und die Mitte der Fliese bleibt aus. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Wir wollen die Fliesen ja gleichzeitig grundieren. Daher einmal stramm abziehen auf Koren, damit die Fliese dann auch einmal mitgrundiert ist. Ja, das ist ja nichts. Ja, das ist ja nichts. Okay, danke. iaty. Das war das die Flieseij квартиaniu. Wir haben jetzt hier die Baudehnungsfuge. Die können wir ja wie gesagt überarbeiten mit unserem Armierungsgewebe und der FP. Wichtig ist nur, dass das Armierungsgelege vorher lose ausgelegt wird und im weiteren Verlauf ca. 5 cm überlappend verlegt wird, dann wieder eingespartelt wird und dann ist die Sache schon schick. Ungefähr eine Streifenbreite von 30 cm, 35 cm, dann passt das. Machen wir die letzten Meter fertig, ne? Genau. Freunde, eineinhalb Stunden später, die FP ist jetzt hier vernünftig durchgetrocknet und wir können die nächste Lage aufbringen. Wir wollen jetzt nivellieren mit der HS10. Die Bedeutung von der HS10? HS, Hybrid-Spartelmasse, Teil aus Gips, Teil aus Zement. Das heißt gutmütig, hohe Festigkeit, schnelle Festigkeitsaufbau, das heißt wir können nach 2 Stunden die Fläche begehen, was mega ist. Zusätzlich bis 5 mm, weil wir hier 4 mm aufbringen, ist die schon theoretisch nach 6 Stunden verlegerreif. Und 10, vom Namensgebung her, bis 10 mm in einem Eiwärtsgang. Genau, so haben wir alles abgedeckt. Wir müssen jetzt auch nichts mehr machen, wir müssen nichts mehr vorbereiten, wir können so auf die FP draufgehen, wir spachteln 4 mm und wichtig war für uns, oder beziehungsweise für die nächsten, weil die Endbeschichtung machen wir hier nicht. Endbeschichtung ist hier Epoxidharz und das ist halt das Wichtige, die Spachtelmasse muss beschichtbar sein. Sind nicht alle Spachtelmassen, daher muss man darauf achten, die HS10 erfüllt es. Daher würde ich sagen, wir rühren an und legen los. Daher würde ich sagen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. So Freunde, wir haben den nächsten Tag Outro gestern nicht mehr gedreht. Denn wir haben die Sonne genossen und wurden lecker verpflichtet mit Burgern, das haben wir ausgenutzt. Vielen, vielen Dank an Eric, der hier tatkräftig mit unterstützt hat, den hätte ich ja gerne noch mal mit vor der Kamera gehabt, denn er ist gestern danach gleich losgedüst. Anderhalb Stunden später konnten wir die Fläche begehen, ich zeige euch mal eine Insta-Story. So, anderhalb Stunden später, alles schon wieder trocken hier. Sieht sehr, sehr gut aus, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, heute mal ein bisschen früher Feierabend. Da hätten wir das Auto auch schon drehen können, aber da haben wir dann auch Feierabend gemacht. Wie gesagt, Eric ist gleich nach der Fertigstellung hier abgedüst und somit konnten wir das Auto nicht drehen, weil ich wollte das Auto schon gerne hier im Wohnraum drehen, damit ihr die fertige Bodenfläche gleich mal sieht, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Also, auf Instagram habe ich viele Nachrichten bekommen, ob das jetzt ein fettiger Boden ist. Nein, das ist Nivelliermasse und die Endbeschichtung können wir gar nicht aus. Hier kommt der Epoxidharz drauf und da kommt eine andere Firma. Wir waren jetzt nur hier, um den Boden halt vorzubereiten. Wie gesagt, ich bin mehr als zufrieden. Solltest du noch Fragen haben, gerne rein unten in die Kommentare. In der Infobox verlinke ich euch alle Produkte und auch mal die technischen Merkblätter von der HS, falls du da mal irgendwelche Fragen hast, kannst du da gerne mal nachlesen. Ansonsten würde ich das Video auch gerne beenden. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Hier. Bis dahin. ich verstehe eh kein wort doch ach so weil man sieht gut aus an dieser stelle ein kurzes fazit man muss der firma sicker einfach danken ich muss eine sache sagen dieser boden ist bei weitem sehr sehr schwierig wir haben hier drunter eine fußbodenheizung und dass dieser verbundstoff der dies eben macht das hinbekommen ist einfach gigantisch also nochmal sicker vielen vielen dank dass ihr dieses hervorragende produkt einfach mal hergestellt habt man muss einfach mal danke sagen einfach danke und übrigens maler meister an die das ist so quasi mich nennen die leute auch immer mark gebauer und jemand nämlich einfach mag oder ich bin maler meister andy auch immer nur maler meister andy ich würde nicht auf die idee kommen ihn einfach maler meister zu nennen oder wahlweise andy von daher an dieser stelle auch einmal danke dir und wir haben auch einige weitere projekte von daher würde ich euch an dieser stelle empfehlen diesen kanal zu abonnieren zu liken und ein kommentar für den algorithmus da zu lassen denn das wie wir alle wissen ist sehr sehr wichtig sehr wichtig und was wird als nächstes inhalt video kommen einfach überraschen lassen einfach überraschen lassen vielleicht vielleicht wird ja werden ja vielleicht werden hier noch goldene sachen gestrichen vielleicht vielleicht wird festgehalten oder vielleicht auch nicht ach so okay je nachdem wie groß die motivation ist also leute bis dahin auf wiedersehen